Hast du dich jemals gefragt, was in den dunklen Tiefen des Ozeans liegt? Genauer gesagt am tiefsten bekannten Punkt der Erde, bekannt als der Marianengraben. Welche Kreaturen sind in der Lage dort zu leben und, was noch wichtiger ist, sind sie erschreckender als die gruseligste Kreatur, die jemals im Ozean gelebt hat? Lass mich dir die bizarren Kreaturen zeigen, die den Marianengraben ihr Zuhause nennen und ich wette, du wirst sie furchteinflößender finden als einen Megalodon. Der Marianengraben befindet sich im westlichen Pazifik, 200 Kilometer entfernt von der sichelförmigen Inselgruppe, die als Marianen bekannt ist. Er ist satte 2550 Kilometer lang und 69 Kilometer breit. Wie tief ist er also? Der Marianengraben beginnt in einer Tiefe von 5000 Metern, aber sein tiefster Punkt wird Challenger Deep genannt und misst 10.994 Meter. Der 8848 Meter hohe Mount Everest könnte in den Marianengraben gestellt werden und es wären immer noch über 2000 Meter zu füllen. Aufgrund seiner einzigartigen geografischen Gegebenheiten weist der Marianengraben mehrere Faktoren auf, die es dem Leben schwer machen zu existieren. Zum einen kann das Sonnenlicht diese Tiefen nicht erreichen, das Gebiet ist in völlige Dunkelheit gehüllt, was es für alle Tiere schwierig macht, den Graben zu durchqueren. Zweitens gibt es dort unten keine Algen oder Pflanzen zu fressen, weil es kein Sonnenlicht gibt, das sie ernährt. Drittens ist es dort unten aufgrund des fehlenden Sonnenlichts sehr kalt mit einer Temperaturspanne von 4 Grad bis minus 1 Grad Celsius. Und schließlich liegt der Druck im Marianengraben bei 3.150 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das ist fast 1200 Mal mehr als der durchschnittliche atmosphärische Druck auf Meereshöhe. Das ist so, als würde man das Gewicht eines vollbeladenen Lastwagens auf dem Kopf tragen, während man in einem Kühlschrank festsitzt. Wie du gleich sehen wirst, haben sich die Kreaturen in diesen Tiefen auf bizarre Weise entwickelt, um unter diesen extremen Bedingungen zu überleben. Zuerst mal dieser gruselige Fisch, der im Marianengraben lebt und als Fangzahn bekannt ist. Es handelt sich um einen beryziformen Fisch, was bedeutet, dass er fleischfressend ist und in tiefen, dunklen Lebensräumen lebt. Seinen Namen erhielt er aufgrund der Größe seiner fangzahnähnlichen Zähne, die sie im Verhältnis zur Körpergröße zu den größten überhaupt machen. Zwei seiner Reißzähne sind so lang, dass der Reißzahn zwei Höhlen neben seinem Gehirn entwickelt hat, um sie aufzunehmen, wenn sein Maul geschlossen ist. Trotzdem sind seine Zähne so groß, dass er sein Maul nicht vollständig schließen kann. Es wird angenommen, dass seine großen Zähne ein Vorteil in den dunklen, isolierten Tiefen sind, wo alles, was ihm begegnet, erbeutet werden muss. Selbst wenn sich seine Beute als größer als er selbst herausstellt, erweisen sich seine unverhältnismäßig großen Zähne und sein Maul als nützlich. Im Grunde bewegt er sich herum und hofft, dass das, worauf er stößt, Nahrung ist. Das hört sich ziemlich furchterregend an, aber mit einer durchschnittlichen Länge von 16 cm ist er eigentlich zu klein, um einem Menschen ernsthaft zu schaden. Jungtiere halten sich in einer Tiefe zwischen 200 und 2000 Metern auf, aber ausgewachsene Tiere können viel tiefer gehen und bis zu 5000 Meter erreichen. Ohne Licht, um seine Beute zu orten, nutzt er die Kontaktchemorezeption. Er hat Rezeptoren, die auf chemische Substanzen reagieren, die von potenziellen Beutetieren bei Körperkontakt abgegeben werden. Nun, das ist beunruhigend. Abgesehen von dem kleinen, aber unheimlichen Reißzahn gibt es noch andere Kreaturen, wie den Marianenschneckenfisch und die bentische Kammqualle, von denen bekannt ist, dass sie in so extremen Gewässern wie dem Marianenkraben überleben, aber keine von ihnen ist so furchterregend oder bizarr wie der Megalodon. Eine ausgestorbene Haiart, die im Durchschnitt eine beängstigende Länge von 10 Metern erreichte. Etwa so lang wie ein T-Rex. Um also so furchteinregende Kreaturen wie den Megalodon zu finden, die im Marianengraben leben könnten, müssen wir in die prähistorische Zeit zurückgehen, als der Meeresspiegel und die Geografie der Welt noch ganz anders waren. Schließlich wurden bisher nur vier kurze Tauchgänge unternommen, um herauszufinden, was im Marianengraben lebt, was bedeutet, dass wir nur Vermutungen darüber anstellen können, was dort unten lebt. Wir haben noch 95% des Ozeans zu erforschen und da der Marianengraben über 150.000 Quadratkilometer groß ist, wer weiß, vielleicht finden wir sogar einige Tiefseekreaturen, die wir bisher für ausgestorben hielten. Lass uns die Möglichkeiten jetzt mal erforschen. Das erste ist ein fleischfressendes Meeresreptil, das wahrscheinlich die furchterregendste Kreatur ist, die jemals die Meere durchstreifte. Mit einer Länge von über 6 Metern waren Kreaturen des Liopleurodon genus Apexe Raubtiere, die die Gewässer während der mittleren und späten Periode der Jura-Zeit beherrschten. Könnte Liopleurodon also vor Millionen von Jahren im Marianengraben gelebt haben? Seine körperlichen Merkmale legen dies nahe. Zunächst einmal war das Tier stark genug, um lange Strecken zu schwimmen. Es hatte vier mächtige Gliedmaßen, die wie Paddel wirkten, um seinen Körper zu bewegen. Die Forscher stellten fest, dass die Antriebsmethode des Reptils nicht gerade die effizienteste war, aber sie ermöglichte es, dem Fleischfresser zu beschleunigen und seine Beute erfolgreich aus dem Hinterhalt zu erlegen. Außerdem deuten Studien über den Schädel des Liopleurodon darauf hin, dass es seine Nasenlöcher benutzt haben könnte, um bestimmte Gerüche zu erkennen und deren Quelle zu lokalisieren. Dies legt nahe, dass er in tieferen Gewässern wie dem Marianengraben lebte, wo mangelnde Sicht seine Fähigkeit, Beute zu jagen, nicht beeinträchtigte. Darüber hinaus hatte Liopleurodon Augen, die darauf ausgelegt waren, seine Beute von unten anzugreifen. Die Augen waren nach oben gerichtet, um die Silhouette der Beute zu sehen. Es stimmt zwar, dass das Sonnenlicht den Marianengraben nicht mehr erreicht, aber einige Tiefseekreaturen haben Bioluminesens entwickelt, die es ihnen ermöglicht, Licht auszustrahlen, um Beute anzulocken, einen Partner anzulocken oder andere Kreaturen abzuschrecken. Abgesehen davon, dass er seine Beute in der Dunkelheit durch seinen Geruchssinn aufspüren konnte, versteckte sich der Liopleurodon also wahrscheinlich in der Tiefe unter seiner Biolumineszenten Beute und wartete auf einen Hinterhalt. Ein zweites prähistorisches Monster, das sehr wohl im Marianengraben gelebt haben könnte, ist dieser riesige Marine Mosasaurier, bekannt als Achaeinosaurus, von dem die Wissenschaftler annehmen, dass er bis zu zwölf Meter lang wurde, etwa so lang wie ein durchschnittlicher Megalodon. Wissenschaftler sagen, dass er hauptsächlich in den flachen Gewässern Europas und Nordamerikas lebte, aber es gibt auch einige Hinweise darauf, dass er in den Tiefen des Marianengrabens unterwegs war, da er eine große Auswahl an Beute hatte. Obwohl die meisten Lebewesen, die den Marianengraben durchstreiften oder durchstreifen, wurden bestimmte Haie und Kopffüßer identifiziert, die in ähnlichen Tiefseelebensräumen leben. Gegenwärtig können Koboldhaie in bis zu 1300 Metern Tiefe leben, während Fransenhaie Tiefen von 1500 Metern erreichen können. Der Riesenkalmar, ein Kopffüßer, wurde in einer Tiefe von über 1000 Metern gefunden. Die Lederschildkröte hingegen wurde in einer Tiefe von 1200 Metern gefunden und in Belgien wurde ein Exemplar des Hainosaurus gefunden, das eine Riesenschildkröte gefressen hatte. Diese Tiefen entsprechen in etwa der Anfangstiefe des Marianengrabens, aber es ist möglich, dass prähistorische Haie und Kopffüßer noch viel weiter hinuntergereist sind. Und wenn sie das taten, hat sich der Hainosaurus vielleicht an die Bedingungen des Lebensraums seiner Beute angepasst. Er hatte sogar große Nasenlöcher, was bedeutet, dass er in einem Gebiet gelebt haben muss, in dem ein besserer Geruchssinn von Vorteil war. Seine großen Nasenlöcher hätten ihm geholfen, Nahrung in tiefen Gewässern wie denen des Marianengrabens zu lokalisieren. Als nächstes siehst du einen Haifisch-ähnlichen Fisch, der vor 290 Millionen Jahren lebte und etwa 6 Meter lang war. Helikoprion könnte aus mehreren Gründen im Marianengraben gelebt haben. Erstens sind seine nächsten lebenden Verwandten Chimaeras, wobei die meisten Arten dieser Ordnung in Tiefen von bis zu 2600 Metern leben. Da Chimaeras in diesen Tiefen gedeihen, lebt das Helikoprion vielleicht sogar noch tiefer. Es ist eine besonders mysteriöse Kreatur, deren Verhalten und Anatomie die Wissenschaftler noch immer erforschen, da wir noch kein vollständiges Fossil von ihr gefunden haben. Dennoch wird vermutet, dass es in der Nähe des Grabens gelebt hat. Es besteht also eine gute Chance, dass der Meeresboden um diesen Ort herum der einzige Ort ist, an dem wir ein vollständiges Fossil von ihm finden werden. Außerdem ähnelt seine Ernährung der des Hinosaurus, da er ebenfalls Fische und Kopffüßer fraß. Forscher haben sich immer gefragt, wozu die spiralförmigen Zähne dienten und wo sie sich entwickelt haben. Erst 2013 wurde ein Schädel des prähistorischen Lebewesens gescannt und enthüllte die Wahrheit. Der Zahnwirtel des Helikoprions befand sich im Unterkiefer. Hätte er einen Tiefseefisch oder Tintenfisch gejagt, der vor 290 Millionen Jahren im Marianengraben lebte, hätte er den Körper seiner Beute wahrscheinlich mit seinen gezackten, sägeähnlichen Zähnen aufgeschlitzt. Wenn der Helikoprion seinen Unterkiefer schloss, bewegte sich der Zahnkranz im Inneren nicht nur nach hinten, um seine Beute zu zerschneiden, sondern auch, um sie in den hinteren Teil seiner Mundhöhle zu befördern und mit der Verdauung zu beginnen. Die Tatsache, dass ein vollständiges Fossil des Helikoprion noch nicht entdeckt wurde, bedeutet, dass das Geheimnis dieser Kreaturen noch nicht vollständig gelöst ist. Und ich für meinen Teil kann es kaum erwarten, mehr herauszufinden. Eine weitere beängstigende Tiefseekreatur ist der Odobeno Cetops, ein Wal, der ausgestorben ist, bevor die Pliozän-Epoche vor etwa 5,3 Millionen Jahren begann. Er war etwa 4 Meter lang und wog bis zu 650 Kilogramm. Er ist nicht der größte Meeressäuger, aber er ist kräftig genug, um von den vielen kleinen Kreaturen in der Tiefe gefürchtet zu werden. Vieles spricht dafür, dass er im Marianengraben gelebt haben könnte. Der erste Anhaltspunkt ist, dass heute lebende Walarten in der Lage sind, sich in die Tiefe zu wagen. Der Potwal zum Beispiel ist dafür bekannt, dass er über 2200 Meter tief taucht. Ebenso sind Cuvier-Schnabelwale fast 3000 Meter tief getaucht, der tiefste jemals aufgezeichnete Tauchgang eines Säugetiers. Der Druck ist in diesen Tiefen bereits so groß, dass die Lungen eines Lebewesens kollabieren und sie an Krämpfen leiden können, dennoch sind Wale bereit, sich dorthin zu begeben, um Nahrung wie Tiefseekalmare zu finden. Das Geheimnis dabei ist, dass Meeressäuger wie Wale flexible, faltbare Rippenkäfige haben, die Lufteinschlüsse wie die Lunge schützen. Es bleibt jedoch ein Rätsel, wie diese Wale Krämpfe verhindern, die durch eine als Hochdruck-Nervensyndrom bekannte Störung verursacht werden. Wenn Wale heute eine körperliche Eigenschaft haben, um dem Risiko in hochdruckhaltigen Tiefengewässern entgegenzuwirken, könnte dies auch für die Odobenoceptos gegolten haben. Ein weiterer Hinweis darauf, ob der Odobenoceptos so tief wie der Marianengraben abgetaucht ist, ist die Art und Weise, wie sich seine Schnauze und sein Hals entwickelt haben. Die Schnauze des Wals ähnelt der eines Walrosses, was darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich ein Bodenfresser war, der Moluskenfraß, indem er sie aus ihren Schalen saugte. Das ist ein gutes Zeichen für unser Gedankenexperiment, da Wissenschaftler Molusken in der Challenger-Tiefe, dem tiefsten Punkt des Marianengrabens, in 11.000 Metern Tiefe beobachtet haben. Außerdem ist ihr Hals biegsam, sodass sie ihren Kopf um etwa 90 Grad drehen können, um eine bessere Sicht auf ihre Nahrung darunter zu haben. Abgesehen davon wissen wir nicht viel mehr über den Odobenoceptos, aber Wissenschaftler vermuten, dass er seine Stoßzähne nicht nur zum Aufspüren von Beutetieren in der Nähe nutzte, sondern auch, um sie zu betäuben. Ähnlich wie Narwale heute ihre Stoßzähne zur Betäubung von arktischen Dorschen einsetzen. Alles in allem bleibt der Marianengraben ein mysteriöser, schwer fassbarer Lebensraum, den wir vielleicht nie vollständig erforschen können. Die Möglichkeiten für seltsames Leben dort unten sind also endlos. Und was denkst du, werden wir dort unten finden? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und danke fürs Zuschauen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017